Es ist höchste Zeit, dass wir über den Begriff reden, was normal ist. Ganz im Ernst. Wenn du da mal mit gesunden Menschenverstand auf das guckst, was zu einem Großteil in dieser Welt passiert, aktuell, würdest du sagen, dass das normal ist? Ist das normal? Das kann doch gar nicht sein. In Wahrheit ist das doch komplett verrückt, komplett unnormal. Das ist doch kein Normalzustand. Menschen, dass Menschen Menschen töten, gemordet wird, Gewalt angetan wird. Und ich meine, wir müssen nur in die jüngste Geschichte gucken. Letztes Jahrhundert war voller Kriege und Gewalt. Und na, du weißt es selbst. Also bitte, lass dir nicht einreden, nur weil du anfängst, aus dem Alten auszutreten, dass du verrückt bist oder nicht normal. Was ist normal? Ich kann es dir sagen. Der Normalzustand ist tatsächlich, wenn du in deiner Mitte bist, dein wahres Sein lebst, wahrhaftig bist, nicht lügst, niemandem was vorgaukelst oder vorspielst, vor allen Dingen nicht dir selbst. Wenn du alle deine Gefühle zu dir nimmst, wenn du darüber anfängst zu sprechen, wenn du sagst, wenn dir etwas nicht gut tut, was du brauchst, was du nicht möchtest, was du möchtest, all diese Dinge und darüber sprichst, du musst es nicht verbergen. Nimm all dieses zu dir und du bist normal. Denn dann fließt es bei dir. Dann kann das Leben durch dich hindurch fließen und hat nicht überall Widerstände. Also viel Spaß beim neuen Normalsein.